Mittlerweile ist die dunkle Jahreszeit da und was gibt es Besseres, als mit der richtigen Beleuchtung für mehr Gemütlichkeit, aber vor allem auch für mehr Sicherheit zu sorgen. Daher schauen wir uns im heutigen Video einmal die Jufi Indoor-Zimmer-Stehlampe E10 und die Outdoor-Wegeleuchte E10 an. Diese sind nicht nur praktisch, sondern auch wirklich smart und alles Wichtige, was ihr über die Lampen wissen müsst, erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Und sollten dich derartige Videos zu spannenden Smart Home Gadgets interessieren, dann ist mein Kanal genau der richtige für dich. Lass jetzt also gerne kostenlos ein Abo da. Sprechen wir als allererstes einmal über den Aufbau bzw. die Installation und Einrichtung, denn diese ist wirklich super simpel. Bei den Indoor-Zimmer-Stehlampen müsst ihr diese einfach nur zusammenstecken und daraufhin mit dem Strom verbinden und bei den Outdoor-Lampen das gleiche. Diese einfach nur mit den mitgelieferten Kabeln miteinander verbinden und dann draußen einen passenden Ort finden. Die Outdoor-Lampen sind wirklich ideal, um längere Wege, aber auch Beete oder wie in meinem Fall einen Pool zu beleuchten. Die Kabel sind dabei im Lieferumfang wirklich schön lang, so könnt ihr auch zum Beispiel einen längeren Weg gut beleuchten. Nach dem Aufbau könnt ihr dann ganz einfach die Lampen in der Jufi Live-App verbinden, dazu die App öffnen, ein neues Gerät hinzufügen. Die Geräte werden euch dann direkt angezeigt und ihr könnt sie ganz einfach mit dem WLAN oder alternativ auch per Bluetooth verbinden und dann in der App steuern. Sprechen wir als nächstes einmal über das Design und auch direkt über den Einsatz im Alltag und besonders die Indoor-Stehlampen könnt ihr ganz einfach dank dem schlanken Design überall als indirekte Beleuchtung verwenden. Sie strahlt zum Beispiel Wände oder die Decke an und sorgt so für eine angenehme Atmosphäre, ideal also für das Wohnzimmer, Schlafzimmer oder auch den Arbeitsplatz, wie ihr hier bei mir auch im Hintergrund sehen könnt. Ich habe nämlich bei mir hier eine der Jufi-Stehlampen stehen und die kann ich jetzt ganz einfach hier über die App steuern. Ich kann zum Beispiel hier einmal die Lichtintensität etwas verändern, kann sie heller oder dunkler machen. Dann habe ich hier die Möglichkeit, verschiedene Umgebungen anzeigen zu lassen, wie zum Beispiel hier Neujahr. Dann haben wir einmal Halloween und ihr seht auch, wie das Ganze wirklich zeitnah sich sofort verändert in der Farbe. Also das hier eben in verschiedenen Feiertagen. Wir können hier auf Jahreszeiten zugreifen, zum Beispiel Frühling, Frühsommer oder wie in diesem Fall hier jetzt der Winterbeginn. Außerdem gibt es natürlich auch tägliche Beleuchtung, also Warmweiß, Kaltweiß oder so ein Mittelweiß, also eine sehr angenehme Farbe, wie ihr seht. Das kann man schon ziemlich gut als indirekte Beleuchtung verwenden und alternativ könnt ihr aber natürlich auch ganz einfach selbstgewählte Farben verwenden, wie in meinem Fall hier jetzt so ein schickes Blau. Da habt ihr dann die Möglichkeit, diesen Lichteffekt freizusteuern, könnt dort auf die ganzen einzelnen Lichtbereiche zugreifen und dementsprechend das dann ganz einfach verändern, auch in verschiedenen Verläufen und so weiter. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten und auch KI-Optionen, also so ein Zauberwürfel, der euch dann hier eben verschiedene Dinge ausspuckt. Das schauen wir uns gleich aber in der App noch einmal etwas genauer an. Wie bereits erwähnt, eignet sich die Jufi Outdoor Wegeleuchte perfekt, um längere Wege zu beleuchten, aber auch Beete oder wie in meinem Fall um einen Pool herum oder natürlich auch um euer Haus herum. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, um eben Outdoor bestimmte Bereiche zu beleuchten. Das robuste Design der Outdoor Wegeleuchte ist natürlich wetterfest, das heißt ob im Sommer, Frühling, Herbst oder Winter, bei Schnee oder Regen, das ist alles gar kein Problem. Natürlich könnt ihr die Lampen im ganzen Jahr Outdoor verwenden. Beide Lampenvariationen bieten also vielseitige Einsatzmöglichkeiten, sowohl Indoor als auch Outdoor und werten auf jeden Fall jeden Raum oder Garten auf. Ein besonderes Feature, welches ich persönlich sehr praktisch finde für die Outdoor-Lampe, ist die Wunderling-Technologie, denn so könnt ihr ganz einfach eure Beleuchtung mit verschiedenen smarten Kameras von Jufi verbinden und so dann Outdoor dafür sorgen, dass wenn zum Beispiel eine Person erkannt wird, Outdoor auch die Beleuchtung angeht, zum Beispiel rot blinkt, was natürlich eine sehr coole Funktion ist. Ich persönlich habe meine Jufi Cam S3 Pro so mit den Outdoor-Wegeleuchten gekoppelt und wenn ab 18 Uhr bis 7 Uhr morgens eine Person im Garten erkannt wird, dann wird das Wegelicht um meinen Pool herum rot und fängt an zu blinken und das sorgt einfach für mehr Sicherheit. Alternativ könnt ihr natürlich auch so ganz einfach einen Weg in Weiß beleuchten, um eben Personen zu eurem Haus zu führen. Das ist natürlich ebenfalls eine sehr praktische Funktion. Insgesamt könnt ihr einfach dafür sorgen, dass euer Haus beleuchtet wird, wenn eine Bewegung erkannt wird. Und neben dem Sicherheitsaspekt, besonders im Winter, finde ich aber auch im Sommer, dass es einfach ein schönes Ambiente ist, wenn man zum Beispiel einen Weg, ein Beet oder wie in meinem Fall einfach so einen Bereich rund um den Pool oder auf der Terrasse nochmal zusätzlich leicht indirekt beleuchtet. Das ist einfach sehr schön, wenn man abends noch etwas länger draußen sitzen möchte, dass man so eine indirekte Beleuchtung hat. Wichtig neben der Hardware ist aber natürlich auch die Software, in diesem Fall das Herzstück der Steuerung, nämlich die Jufi Live App. Hier könnt ihr die Beleuchtung individuell anpassen und das in über 16.000 Farben. Es gibt Presets für verschiedene Stimmungen wie Party, Weihnachten oder Winter, die ihr mit einem Klick aktivieren könnt. Ein Highlight ist auf jeden Fall die AI-Funktion, gibt dazu einfach ein Stichwort wie Party oder Gemütlich ein und die App schlägt passende Farben oder Szenarien vor. So habt ihr immer die richtige Atmosphäre, ohne lange herumzuprobieren. Das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, da einfach mal verschiedene Begriffe einzugeben. Und ein weiteres spannendes Feature ist der Musikmodus, der passend zum Takt der Musik die Beleuchtung anpasst. Wenn man irgendwie Outdoor oder auch Indoor eine Feier hat, dann kann man hier ganz einfach das Ganze aktivieren und hat so immer die perfekte Beleuchtung, passend zur Musik. Beide Lampen sind außerdem mit Amazon Alexa und Google Home kompatibel. Ihr könnt sie also auch ganz einfach per Sprachbefehl steuern. Eine HomeKit-Unterstützung oder Siri Shortcuts ist aber leider nicht dabei. Das wäre auf jeden Fall etwas, was ich mir für die Zukunft wünschen würde. Und damit würde ich sagen, kommen wir jetzt auch schon zu meinem Fazit. Und die Jufi Lampen sowohl für Indoor als auch für Outdoor sind wirklich einfach zu installieren und einzurichten und bieten sehr viele spannende und coole Funktionen über die Jufi Live App. Ihr habt nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, was die Lichtsteuerung angeht, könnt aber natürlich auch auf die vorgefertigten Szenarien zugreifen oder auch auf die AI-Funktionen. Also wirklich perfekt für die dunkle, kalte Jahreszeit, aber natürlich auch im Sommer. Persönlich finde ich besonders den Sicherheitsaspekt sehr spannend, dass wir hier die Möglichkeit haben, die Jufi Outdoor-Beleuchtung mit den Jufi Cam Outdoor-Sicherheitskameras zu koppeln. Über diese Technologie habt ihr eben nicht nur die Möglichkeit, das Licht einfach angehen zu lassen, sondern ihr könnt auch verschiedene Szenarien durchführen lassen, könnt das Licht blinken lassen und so weiter. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, die ich persönlich sehr, sehr praktisch finde. Und natürlich sind auch Funktionen wie der Musikmodus oder die AI-Funktion im Alltag wirklich sehr praktisch, egal ob für gemütliche Abende jetzt im Winter oder im Sommer Outdoor für irgendwelche Feiern. Das ist auf jeden Fall sehr cool, dass man da so viele flexible Möglichkeiten hat. Für die Zukunft würde ich mir auf jeden Fall noch eine Apple HomeKit-Unterstützung wünschen, denn das Jufi das kann, sieht man ja an der Jufi Cam S3 Pro. Wenn ihr euch jetzt für den Winter oder natürlich auch für kommende Jahreszeiten mit Indoor- oder Outdoor-Beleuchtung von Jufi ausstatten möchtet, dann schaut jetzt mal unten in die Videobeschreibung. Dort findet ihr alle Links und weiteren Informationen. Und damit wären wir dann auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Und ich hoffe natürlich, dass ich euch hier einen ganz guten Überblick über aktuelle, smarte Beleuchtung von Jufi geben konnte. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr bereits selber Erfahrungen mit Jufi-Produkten gemacht habt, dann schreibt sie mir mal unten in die Kommentare. Und vergesst nicht, meinen Kanal für weitere ähnliche Videos kostenlos zu abonnieren. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.